Da ist die Kamera, ne, haben wir gerade schon. Und dann Calibrate. Das ist ja auch mein Greenscreen. Das ist die zweite Kamera. Ich halte also zwei Kameras. Einmal hier für die gute und einmal die hier. Aber nur 16 FPS. Das kann ich bestimmt irgendwie höher schrauben. Aber ich meine, erstaunlich, das geht sogar mit Brille, ne? Oh, ist die gut. Ist die gut. So, Schlumpfeis. Warte, jetzt aber leckeres Eis jetzt. Ich brauche Eis. Eis. Warum macht der so ein komisches Gesicht jetzt? Ist doch, Eis. So, super. Eis. Eis. Rein. Rein, damit rein. Lecker. Ja, noch nie wurde Eis noch nie wurde Eis mit so viel Hass gegessen wie heute. Ja. Eis. Die Geißel der Menschheit. Jetzt noch ein Hotdog. Achtung, jetzt kommt noch ein Hotdog. Macht man ja immer. Er ist ein Hotdog, dann hat Eis. Also. Achtung, jetzt wird es nochmal ein Böse. Hotdog. Egal, wie geil ist das denn? Ich schmeiß mich weg, ey. Ich frech zusammen. Wie geil ist das denn? Wir planen eine kleine kriminelle Karriere, wo ich mich vom kleinen Scheißer bis zum Mafia-Boss hocharbeiten werde. Wir fangen mit kleinen, aber feinen Missionen an. So geil. Ohne Brille? Mal gucken, ob er besser kann. Ah, kann er auf jeden Fall die Mimik besser. Ah, die Mimik. Macht er die Augen auch nach links und rechts, wenn ich da nicht richtig hingucke? Yo, tatsächlich. Die Augenbewegung liegt ja mit, ne? Kann ich natürlich nicht sehen, wenn ich dann selber nach links und rechts komme. Wir sind da. Okay. Einmal nicht aufgepasst, würde ich sagen. Was habe ich jetzt? Ich war nicht im Bildschirm. Äh, okay. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wie habe ich das überlebt? Mit können. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Alter. So ein Drake, ne? So ein Drake-Schiff. Jedes andere, jeder andere Freelancer wäre geplatzt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Einfach, ich habe da auf den Chat geguckt. Ja, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch für einen schönen Abend voller Freude und Liebe. Ich bin da. Vielen Dank.